So, hier gibt's Barbecue heute. Super schön gemacht. Heute sehen wir das mal von der anderen Seite. Hier sind wir am Strand. Die Aida Sol ist gerade vorbeigekommen. Die haben wir jetzt gerade nicht mehr erreicht. Wir sind jetzt hier zum alten Lotsenhaus. Super schöne Lokalität und da gehen wir heute Abend schon essen und haben Barbecue. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.